Hallo und Willkommen im neuen Jahr! Ja, ein schönes neues Jahr euch allen. Ich wollte jetzt ein kleines Infovideo machen, also ich spiele jetzt hier nebenbei am besten Portal 2. Ja, in den letzten Tagen kam mir leider kein Video, es tat mir auch wirklich echt leid. Ich mach mal am besten das hier aus. So, da kamen ja leider keine Videos. Hat halt einfach nicht geklappt wegen Silvester und Weihnachten und generell. Dann waren Akato und Kurga bei mir, also Chris und Tim. Und ja, da kam es dann einfach nicht dazu, dass wir groß aufnehmen konnten. Ja, geht jetzt wieder auf jeden Fall weiter. Und ich hoffe, dass meine Tonspur gerade nicht zu krass am Übersteuern ist. Egal, es sieht gerade sehr am Übersteuern aus, ich hoffe nicht. Ja, willkommen im neuen Jahr. Es werden jetzt wieder Videos kommen, Leistungswerden kommen. Also alles wie gewohnt, wie gehabt. Wenn ihr irgendwie sagt, hey, ich hab Bock, dass du das und das mal let's playst oder das und das mal machst, kann auch fernab von Gaming sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich hab außerdem noch eine kleine Überraschung für euch. Die wird jetzt auch sehr, sehr bald kommen, womit ihr wahrscheinlich nicht so ganz rechnen werdet. Wird cool, hoffe ich mal. Ich bin gespannt, wie ihr darauf reagiert. Ich kann auch weiterlaufen, statt einfach nur stehen zu bleiben. Ich würde gerne, ähm, Facecam machen. Tatsächlich, ich würde mich gerne zeigen auf YouTube. Ähm, das Bild ist übrigens ultra nice gerade gewesen. Ähm, um einfach ein paar mehr Sachen umsetzen zu können. Ähm, ich würde auch gerne, ähm, mit Chris und Tim im Talkformat anfangen. Ähm, wo wir über verschiedene Sachen labern und wo wir uns auch zeigen. Teilweise auch mal treffen. What the fuck. Stößt sich einfach mal ein. Cool. Ähm, und generell habe ich halt auch richtig viele Pläne auf YouTube, die ich gerne mache. Also richtig viele Formate, richtig viele Sachen. Die sich aber nicht so nice umsetzen lassen, sage ich mal. Äh, ohne Facecam. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich Facecam machen werde. Ähm, ja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Was ihr davon haltet. Und, ähm, dann sehen wir mal weiter. In den nächsten Tagen wird es dann wahrscheinlich soweit sein. Ähm, wenn meine Stimme bis dahin noch hält. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was ich so richtig sagen wollte. Ich wollte nur mal einfach mit diesem Video quasi sagen. Also, hey, ich bin da und ich sehe mich selber. Das ist total verwirrend. Ähm, ich lebe, alles cool, alles fresh. Heißt auch gar nicht so viele Tage, ne. Ich meine ja nur. Ich will jetzt einfach nur mal Bescheid sagen, weil ich es nicht schaffe, heute ein richtiges Video zu bringen. Und ja. Das war es auch eigentlich schon. Ich will nicht gar nicht so lange auf die Folter spannen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt einfach bald die Tage. Und bis dahin. Ciao. Euer Misty. Willkommen im neuen Jahr. Habt einen schönen Tag. Habt ein schönes neues Jahr. Und ja. Bis dahin. Haut rein. Bis dann. Lieber ganz schön. Bis dann. Gib dann nochmal einen Untertitel, conservative, technological und creative in der pical Shitmatch oh ja, огром ja handsome. climb ja, hoch yeah, saya gie rate. Ich halte das Qu language. Die. Ich halte das Geset. Was ist das denn? Mhm. Weise wurde aber selber richtig 밝 malaise. Hö�� freighter. Weg. was das Weltmeade. Eatus. Und wir sehen was beim Schnellraus. und olha